Ja und herzlich willkommen zurück zu saupunk 2077 Wie in der letzten Folge erwähnt, machen wir heute die Story-Mission weiter Wird wieder mal Zeit Okay Ich habe in der Zwischenzeit noch mal ein paar Mods aktualisiert und geupdatet Oder auch dazu installiert Zum Beispiel kann ich jetzt endlich mal das Hat ausblenden Endlich, ich habe so lange darauf gewartet, dass ich sowas finde In manchen Situationen würde ich es lieber ausblenden wollen Wenn es einfach passender wäre Wenn wir jetzt erstmal hier hin Wenn wir hin sollen Nein, das ist mein Leben Also, wer hat die Formation in der Zwischenzeit gewonnen? Jeff hat mich sehr nah am Morgen Die Zeit der Generator hier Ich denke, es sind die Tiere, die gehen wollen Okay. Nichts Spannendes für uns. Aber erstmal gibt es hier noch eine... ...die Tarot-Karte. Der Eremit. Der Eremit ist die Karte der selbst auferlegten Insolation. Sie steht für die Flucht vor dem Stress und der Hektik der Stadt. Bei einem Abwenden von ständigen Neuerungen und hin zu Traditionen und Altbekannten. Für den Eremiten ist die Einsamkeit der Weg zum Erhabenen eine Strasse, über die man nicht mit grossen Sprüngen eilt, sondern mit kleinen konzentrierten Schritten. Wir kommen hier langsam den 100% näher. Noch ein Stück in Night City und dann vier in Phantom Liberty. Hört sich doch gut an. Ab jetzt erstmal. Ab zur Pacifica Serenity Bible Church. Voodoo Boys, Voodoo Boys. Ich bin gespannt. Holy shit. Aber da ist eine Vietnamese-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms-Imms. Boah. Schmusik Wer ist Michael oder Michael? Die anderen Trauben haben wir auch gerade davon geredet. Die Augen auf dich, seit du in Pacifica kam. Wollen wir nicht verloren? Ja, was du? Nichts woanders? Nicht zu viel auf den Funktionen. Keine Flugzeuge, diese Funktion ist nicht für dich. Du mein Kontakt? Wer endlich will mich über dieses Job? Ich bin nur der Mann im Mittag. Du wirst mehr lernen. Soon. Das heißt, wir wissen, dass es genug ist. Ein interessante Biz-Stradie für Pazifika hat. No Details, no Names, no one weiß a thing. Your Name, wir wissen. Das ist genug. Hm. You screening me? See if I came alone? What kind of Chrome I got? Some kind of test? Most people we work with, we knew as babies. We know they're angels. You, we do not know. Okay, verständlich. We died. Got something to do with the job? You think we put together this funeral special for you? Hm. Want to talk with Brigitte? She here somewhere? No. Shopping center by the intersection. Go to the butcher shop there. Ask for Pazifika. He will tell you the details. So, wenn das eine Beerdigung ist, in der Zukunft, dann komme ich gerne vorbei. Sieht nämlich unglaublich aus. Unscanbar. Alexandra Batismo. Keine Zugehörigkeit. Zivilist. 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 Na? Wie habe ich zum Fleischer? Echt interessant hier im Pacifica. Musik Hallo. Lazy-Wazy hat uns geschieben. Schauen wir uns später mal an. Kann man die jetzt benutzen? Ja, man kann. Hold for Mac. Bleiben wir auch neu dazu bei einem anderen Update. Pacifica Cabana, NC Resort, Grand Imperial Mall. Hat schon alles mega runtergekommen. Was ist das? Das war nicht so. Ich habaile mich nicht mehr, aber es ist schon etwas und es ist doch viel. Ich habe mich gewonnen. Ja, aber er ist sehr entscheidend. Oh, er hat sich nicht verändert, Lidl. Er hat sich nicht verändert, Lidl. Ja, das ist nicht so. Oh, wer wollte ich mit ihm sprechen, nicht wahr? Okay, ich habe keine Chance. You actually sell meat out of here? Seriously? Wo ist es eigentlich? Wer ist das? Der Biss ist intelligent, Lidl. Hm, mein Kreol ist ein bisschen russisch. Ich spreche mille langen in der City. Wir sprechen sel-Gwen. Shitluck, nicht wahr? All those and I don't know yours. Chrometranslation? Bama-Ton. Wenn du graben wie die, sonst würden wir die Leute hier gar nicht verstehen. Looking for Placide. Placide. Alleinhe Eighth Nelaughs, Lidl. Alleinheブle Drill. Alleinheble Drill. Seine ist das bei Placide. Hier steht hier. Zum Palsch die Mutter. Miriam Glezal... 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 Jean Millard. Ah shit. Das ist ein verdammter Relic. Das ist ein verdammter Relic. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Ich will mit deinem Boss sprechen. Blasit, Booter Boys. Emanuel Glezalus. Das ist ein verdammter Relic. Das ist ein verdammter Relic. Ah, sicher. Das ist nicht für ein Geld. Was du willst? Du hast gehört ein paar Dinge über dich. Die Voodoo Boys. Die Best Runners in der Stadt. Das ist das, was sie sagen. Aber niemand weiß wirklich was du auf der Netz. Das ist gut. Ich meine... Bleeding-Edge Blacksoft. Corporate Data Heist. Waging war on Netwatch. No one mentions. Chickens. Ich sag mir, Sie sind der Nähe von der Hallen. Ich sagte, Sie waren derjenige diejenige die Leute zu sprechen. Herr Hand hat mir. Sie hat Murk-Werk-Werk, wer braucht es. Da hierher. Komm, we. Das ist schön. Oh, sorry. Pacifika's biggest, ugliest temple to create, but never finished until last week it was deserted, empty. And now? The animals crawled there, made a nest. But you have to be a problem. Pacifika's biggest, or people? I'm going to tell you how to do it. Okay, I'm going to talk to Peter. Which is it? No, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Placid, bitte zu mir. Wo? Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Bitte. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Danke. Let's go. Nachbarn. Sehr spannend hier. Placid! Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Voodoo Boys? Du hast schon mit einem Tier? Ja. Ein paar Mal. Du willst die Tier aus der Gym? Extinkt? Das ist warum du mich anstattest? Du lernen alles bald. Du bist nicht mehr. Aber... Es macht keinen Sinn hier. Der Dramatische Pas nervos sind. No backup, cut off. It's your turn. Hell, even badges don't patrol around here. They're trying to provoke you? Make you do something stupid? They do not leave G.I.M. How many are we talking about in there? Daddy, maybe more. Vinina, we talk here. You sit. Marfini. Marfini. Ich trau das Sache hier noch nicht ganz. Ach shit, wir haben keine Wahl. Ich trau das. Ich trau das. Für uns, ich trau das. Ich trau das. Ich trau das. Ich trau das. Nein, keine Probleme. Diese Hardware ist scheiße, du solltest du verletzen. Oh, so jetzt bist du ein Ripper-Doc, auch? Du wißt du, was? Fuck das. Du denkst du, Freie? Kannst du einfach stand und weggehen? Remember, warum wir hier sind, Fien? Kein Problem, der Mann ist ein fucking Tool, aber wir brauchen ihn. Kannst du finder Alt ohne ein bisschen Voodoo. Finished. Wir können weitergehen. Diese Chip, ich sehe. Es hat keine Signature. Was ist es? Chip ist warum ich hier bin. Warum ich eine Worte mit Brigitte. Es sieht nicht ganz ausreichend. Es sollte. Warum? Ich sehe nur, es ist verletzt. Ich habe ein Blut in den Kopf. Es hat nicht funktioniert, das ist so. Ich habe noch eine kleine Eins – es verletzt. Ich habe leider etwas in dir. Ich habe mich gefragt, was ich kann machen? Wir haben keine Körpers, nicht eingestellt. Wir haben keine Körpers. Wir machen nur eins nur für uns. Wir machen für uns eine einfache. Wenn du in die, was ich nicht machen? Die Camionette. 20, 35, 0, 7. 3 Sekunden bevor, poof. Wir versuchen zu lernen, wo die Camionette kam von. Van ist definitiv ein kustomer Job. Ich sehe, dass du auch nicht wissen. Hey, nur ein paar Facts zusammen. Du schreibst das alles selbst? Ja. Lokale Cam-Signale, Co-op-Sats. Wir verabschieden alle. Aber von innen der Gym. Squat, richtig? Antwort? Ich frag dich was? Tech sieht ziemlich advanced. Es schreit nicht Meathead zu mir. Sie sehen es sehr nahe. Es ist wichtig, was ihre Priorität ist. Bracid. Batman, Kelly, Abdesanonkoy. Femme Potler. Zeit für eine Pause? Ich denke, ihr könnt ihr geholfen. Sie werden es gut machen. Du fokussst. Und wer da drauf ist. Die Tiere sind nicht hier, sind sie? Sie sind eine Muscle. Sie hat jemanden. Sie hat jemanden. Sie hat jemanden mit einem Van fullen Netrunner-Tek. Und das ist woher ich in? Für die jemanden? Ja. Start mit der Kommionette. Geh aus allen Augen. Nur sehen die Stadt. Sie sind jetzt mit Rezo Agwe, der Subnet. Warum? Du bist mein Vessel jetzt. Du Agwe, siehst du, siehst du, siehst du. Siehst du, siehst du. Ich will guide dich, Fuhji-Ihm. Eine Liede in deinem Kopf. Just was der Ripper-Doc geholfen. Wir wissen, wer der Ripper-Doc ist. Was er will. Das, ich hoffe, du sagst mir. So, aim to keep an eye on me. Shows trust. All right. Anything else I should know? Find our people near Mall. They will show you how to get inside the beast. My pay. How much we talkin' and how am I gonna collect? Answer, you not in this for cash. You in this for problem. Two GIM for us. Brigitte can solve it. Uh huh. Except then I found out you need me to be a bullet trap on enemy turf. That means my fee's just gone up. Hm. We will see. No promise. Got it. So I do this and you put me in front of Brigitte, right? Yes. So see at the end of the hole. Go down. My people will let you pass. We are done. We are done. We are done. None too fond of strangers here, are you? People like you. Stick out. Meaning, best watch it. Mm-hmm. Wise. Brigitte even know we're supposed to meet? Or did you cook this deal up all by yourself? You speak with Chef Fain when time is right. So, Voodoo Boys. Why? Don't seem to believe in Voodoo. Don't know. Ask those who call us this. Mean to say you call yourself something else? And you ain't gonna tell me, are you? Right. Great. Feliz Gespräch, thank you very much. We are done. Sehr gut! Ich will nur sehen, wer das ist. Aber ich kann nicht… Und nur für einen kurzen Moment… Exit is over there. Ja, ja, ja. Der ist sehr, ähm... Well, go! Soll ich sagen. Sehr dominant. Ich möchte, dass wir machen, was er sagt. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Okay, die anderen zwei kann man wirklich nicht scannen, schade. Aber sieht mir nach einem Red Netrunner aus. Mal schauen. B. All ears. What? Ich habe Stabilität. Die Link an der Hand ist klar? Mhm. Es ist so. Hi. Na? Zumindest haben wir das Leben draus geschafft. All right. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir ins... G.I.M. gehen. Grand Imperial Mall. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Undies. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai We have a city to burn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017